Also, wir sitzen jetzt schon so, ungefähr so lang, so lang am Plaza de la Revolucion! Tadadada! Kuba, Havane und ähm, was machen wir da eigentlich? Keine Ahnung, unser letzter Tag in Kuba. Unser Stopover. Unser ein Tag Kuba Urlaub, der uns 100 Euro kostet. Und ne gute Zigarre. Guantanamo!